Hallo und herzlich willkommen zu Monster High, das Leben, Staffel 1, Folge 3, beim Cheerleading. So Leute, machen wir mit dem zweiten Tanz weiter. So, für alle, die es noch nicht wissen, wir haben eine neue hier, und zwar Skeleta. Willkommen im Team Skeleta. Hi Leute, auf eine gute Zusammenarbeit! Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two. Aua. Haulin, was soll das? Bei mir zählt nur Perfektion. Wollt ihr mich etwa blamieren oder so? Nein, wollen wir nicht, aber wenn sie sich wehtut, halt die Klappe, Frankie. Cleo, was soll das? Nochmal. Wir machen jetzt die zweite Pyramide. Warte, du fangst!